Servus Leute, wir sind hier bei der ALS Pepper Challenge und ich hopp hier mit der Frau Nina und der Simon und wir haben aber Peppers vorbereitet. Weißt du was es gibt? Wir müssen jetzt jeder eine Pepper essen, also eine Pfefferoni essen und gemäß der Eisbappe Challenge darf dann jeder drei Leute auswählen. Für welchen Zweck ist es? Wir haben die typische Krankheit ALS am Prophylateralschirur. Eine typische Nervenkrankheit. Man weiß nicht, wieso es sei, warum. Und wir fangen uns bänken für die Forschung. Es gab die Eisbappe Challenge, da hat sich jeder Wasser aufgeschüttet. Und keiner wusste eigentlich so recht, wieso es sei, warum. Und wir machen das Essen. Genau. Also wir essen jetzt die Külli, dann nominieren wir jetzt drei Reiche, die in einer Woche Zeit haben, das auch zu tun. Oder sie spenden an die ALS-Forschung. Im besten Fall in den Verein, wenn man das nicht auf jeden Fall. Natürlich am besten und sie spenden an die ALS. Mitmachen und spenden. Genau. Was hast du auch gespendet? Dass es steht auf meiner Wacke, das ist ganz oben. Hast du gespendet? Ich habe den Verein gewöhnt, wir spenden nicht. Also ohne Scheiß. Achso. Ja. Ja. Ja, ihr Vater ist ja auch an ALS verstorben. Okay. Ja, ich würde jetzt bald weiter. Alles klar. Wir essen jetzt? Genau. Wir spenden und wir nominieren. Das ist so schade. Das ist so schade. Kann ich nicht einfach spenden ohne Essen? Ja. Ja. Kann ich einfach machen. Ich muss sagen, der mag ich machen. Wenn ich mich herfahren. Ja. 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 Dann zipieren. Ich mache jetzt noch ein paar Minuten. Ich bin mir einfach. Ja. Das ist so. Ja. 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 Okay, ich habe nicht Perez. Ja. Dann komme ich das nicht mehr drauf. Ich habe das nicht mehr drauf. Haben wir doch besprochen. Kone. 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 Riecheele. Kone. 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 und wir haben gegen uns gespendet die Trombler. Vielen Dank dafür, aber wir können mit euch passen für den ALS Pepper Challenge. Frau Föller, sie ist nominiert für die ALS Pepper Challenge. Das ist gar nicht so schön. Die erste Spiel war sehr schön. Ich komme vorbei und schließe mich, das ist gar nicht so schön. Da hast du jetzt auch mal was. Also, es geht um ALS. Es geht um Amir Tod, der Platzverhutung, eine Nervenfrau und immer so. Wir sammeln Spenden für die Forschung. Doch, jetzt wird es scharf. Mit dieser Challenge. Alle mitmachen, alle Spenden, mehr Infos unter www.jewald.de